Der Rohstoffmarkt, der ist relativ langen und schwankenden Zyklen unterworfen. Doch was passiert eigentlich, wenn der Rohstoffmarkt mal wieder richtig bedeutsam wird? Wenn die Preise durch die Decke gehen, wer profitiert? Unter anderem Firmen aus dem Junior Mining Sektor. In diesem Video geht es um einen spannenden Player, besonders wenn das Thema Silber für euch interessant ist. Bleibt dran! Metallic Minerals heißt das Unternehmen, das hoch oben im Norden, in Kanada, im Kino Hill District, sein Kino Hill Project betreibt. Es geht um die Exploration von Silber. Und das Ganze neben einer produzierenden Mine, der Alexco Mine. Und diese Mine, die hat ein relativ kurzes Minenleben, einfach weil das Material irgendwann ausgeht. Und der Lieferant von neuem Material, der könnte Metallic Minerals sein. Und eine Übernahme, die ist dann nicht ganz unwahrscheinlich. Aber schauen wir genau, was das Projekt ausmacht, lernen wir es in Ruhe kennen. Und dafür spreche ich mit Greg Johnson, dem CEO von Metallic Minerals. Greg Johnson gibt uns zunächst einmal einen Überblick über die Aktivitäten und die Projekte von Metallic Minerals. Metallic Minerals ist eine Silber- und Gold-focused Exploration- und Development-Stage-Company. Es ist ein Mitglied der Metallic-Gruppe der Unternehmen. Wir haben wichtige Projekte, die in der Yukon-Historik-High-Grade-Kino Hill-Silber District und die Historie La Plata Mining District in den southwestern US. Wir sind in der Lage, die Transition von Exploration-Stage zu Initial-Resources, mit einem model zu bilden, die Bindungen, Größte und De-Riske-Company durch die Entwicklung. Viele der Mitglieder der Metallic Minerals und der Metallic-Gruppe waren vorherige Mitglieder der Nova Gold. Also die Firma von einem alten Micro-Cap zu einem Multi-Billionen-Dollar-Market-Cap ist das Geschäftsmodell für Metallic Minerals, das wir heute machen. Zwei Projekte sind entscheidend bei Metallic Minerals, das Kino Hill-Projekt und das La Plata-Projekt. Schauen wir zunächst einmal auf Kino Hill. Denn hier wurden 2021 zahlreiche Bohrungen vorgenommen und besonders die Hochgradigkeit des Vorkommens von Silber, die ist hier entscheidend. Greg Johnson gibt uns nochmal einen genaueren Einblick. Für Metallic Minerals, die Kino Hill-Silber District hat eine tremendous Geschichte. Es ist ein 35 Kilometer-Wide district, die ist massive. Ich meine, es ist such ein großartiger, es ist almost hart zu getren, deinem Grunde daran. Aber das ist dieses Kontinues Mineralization, Common Geologie, über 300 Millionen Ounces von High Grade Silber in past production und current resources. Metallic Minerals ist Exploring-Stage auf die Extension auf die Strukturen, auf die East, wo es ist weniger explored. So we consolidated the land package in this area. You've already got a producing mine next door. That means you've got roads and power, the infrastructure to build a new mine. That means the cost to build a new discovery is going to be lower and your timeline to get it to production can be quicker. And these are all great advantages for investors who are looking to get a high potential return investment in a silver and gold-focused company. At Keno Hill, we're currently advancing six target areas towards initial resources where we've already drilled discovery holes. We're starting to step out along those to grow those towards an initial mineral resource. In addition, on the eastern half of the district, which is much less explored, we've used our modern set of tools, satellite technology, soils, geophysics, projects to be able to define targets that we've made new discoveries started in 2020 and 2021. And we're looking to understand, how large those systems could be. The creation of value in the mineral industry is quite clear cut. First you define the resource, grow the metal inventory and then de-risk it through the three engineering stages towards cash flow and production. Doch es gibt dann noch ein weiteres Projekt von Metallic Minerals, das Anleger auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollten. Das La Plata Project im Südwesten des US-Bundesstaates Colorado. Denn hier geht es nicht nur um Silber, sondern vor allem auch um Gold und Kupfer. Und über 50 Jahre wurde hier auf dem über 33 Quadratkilometer großen Areal quasi nichts getan. Es gibt eine historische Ressourcenschätzung und die soll nun in eine valide Ressourcenkalkulation überführt werden. Das heißt, hier sind genaue Ergebnisse zu erwarten, was wirklich im Boden steckt. La Plata ist ein zweites Asset, ein wichtiges Asset für Metallic Minerals. Es ist ähnlich wie Kino Hill, es war ein hohe-grade Silber- und Gold-producing-District, das dann eine mehr recentere Exploration in den 50s, 60s und 70s von Rio Tinto und Freeport, Giants in unserer Industrie, fokussiert auf bulk Tonnage. Die Möglichkeit hier ist, Metallic Minerals zu ermöglichen, Wir haben die eigene Erfahrung auf der Kinox- und Bulk Tonnage. Es ist etwas, was bereits über 54 Drill Holes in der Main System. So, bei weiteren Modern Drilling zu haben, we können das zu einem 1st Ressourcen und dass das dann ein ganzes Grunde auf ein 1st Ressourcen. Und weil dieser System ist eine Kombination von Bulk Tonnage, Porphyry System und High-Grate Vane District, wir haben die Möglichkeit für die beiden High- und Gold- und Gold- und Copper- Das ist natürlich ein sehr wichtiges Metall für die Elektrifizierung und die Bewegung nach Carbon-3-Energie. Wir haben ein spannendes Projekt, wir gehen es parallel mit Kino Hill. Wir haben gerade ein Drillprogramm gemacht und sind im Laufe, das zu Ende. Wir schauen uns auf das Potenzial, eine modernen 43-101-Resource an dieses Projekt zu vermitteln. Und dann über die Entwicklungstage über die nächsten paar Jahre. Der Aktienkurs einer Firma im Junior Mining Sektor, der ist eng verbunden mit den Zyklen im Rohstoffmarkt. Und diese sind ziemlich in Bewegung, unter anderem durch unsere Transformation hin zur E-Mobilität. Doch wie genau profitiert nun ein Unternehmen wie Metallic Minerals von einem zum Beispiel steigenden Silberpreis? von 2001 zu 2011, so über ein 10-jähriger cycle. Dann haben wir durch eine Bear-Market, eine Korrektion in Metallprices, als das Consolidated that lasted until 2016. So, wir haben durch ein 2- oder 3-jähriger period von Consolidation. Und jetzt sind wir in die nächste nächste Bull-Market-Cycle. Für die Commodität in general und Precious Metals, die wir in diesem Zeitpunkt haben. So, es ist eine gute Zeit für Investors zu be looking at die Mining Sektor. Die Mining Sektor, wir haben über eine 14-jährige Korrektion in der Sektor. Das hat die Mining Sektor auf die Mining Sektor auf die Mining Sektor auf die Mining Sektor. Das bedeutet, es ist eine gute Entry Punkt zu be looking at high-quality Mining Sektor. Wir sind noch in der ersten Zeit, in der 10-jährigen Sektor von der letzten Markets-Cycle. Wir sind nur in den ersten paar Jahren, so es wirklich in den ersten paar Jahren auf die Mining Sektor. Und die Möglichkeit hier ist, dass Investors können die Mining Sektor auf die Mining Sektor, die Geschichte der Assetoren, die Past-Produktion, das Team haben. Und wirklich können wir, dass die Mining Sektor auf 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 die Mining Sektor. Welche Erfahrung bringt das Team noch mit auf den Tisch? Und vor allem ist die Finanzierung gesichert, sodass die Agenda für 2022 auch durchgeführt werden kann? Ja, wir haben eine großartige Gruppe von Explorationen hier in Metallic Minerals und die Metallic Group. Many of us started out mit major Mining Sektor. Myself, meine background ist mit Placerdome Barrack, einer der Welt's größten Gold Producers. Ich habe die Möglichkeit, mit vielen Metals zu arbeiten. Many of die Teamen um mich in die Metallic Minerals und Metallic Group sind die former Placerdome-Alumni, part of das Original-Ceation von Novagold, die von einem Micro-Cap-Camp-Camp-Camp-Camp-Camp-Camp-Camp-Camp-Camp-Camp-Camp-Camp-Camp-Camp-Camp-Camp-Camp-Camp. Das Team hat einen tracken Rekord von Major-Diskorien, Tier 1 Assetz, die größten in den Majors, das haben wir gefunden und veröffentlicht und veröffentlicht und veröffentlicht und veröffentlicht. Und so, wir suchen das gleiche approach hier in Metallic Minerals. In addition, wir haben ein number of strong backers. Eric Sprott, ein Renowned-Resource-Investor, ist unser Lärgest Individual-Holder. Wir haben Gruppen wie US Global, OTP Fund, Crestcat, die alle Liedern in der Mineral-Exploration-Agelegenheit sind. Also, wir haben auch eine hohe Ownerschaft durch die Management-Agelegenheit. Wir glauben, was wir tun haben. Wir investieren neben Investoren. Also, das ist ein tolles Zeit, in diesem Sektor zu schauen, wo wir im Cycle sind. Und diese Gruppe hat wirklich ein Track-Rekord von Value durch Exploration, Discovery und Erwachsenen. Und ganz zum Schluss, da wollen wir noch einmal in das nächste Jahr schauen. Die Agenda für 2022. Was konkret hat sich Metallic Minerals hier vorgenommen? Das verrät uns Greg Johnson ebenfalls im Interview. Looking forward into 2022. This is the largest Exploration-Campaign in the company's history at Kino Hill. We just wrapped up a major program at La Plata as well. And our third asset, our Royalty Portfolio in the Klondike Goldfields, looks like it's moving towards production next year as well. So, over the next few months, you can expect news from all three of those projects. We're looking at the potential for an initial resource estimate early in the new year. And then to be looking at growing those resources and advancing those projects over 2022. So, it should be an exciting year. The company is well-funded. We've got money that takes us well into next year that allowed us to wrap these projects and advance them significantly in 2021. And we're looking forward to an exciting year in our projects for Metallic Minerals next year. Fassen wir das Ganze einmal kurz zusammen. Metallic Minerals hat gleich zwei hochspannende Projekte am Start. Das Kino Hill Project im Norden in Yukon, wo es vor allem um die Exploration von Silber geht. Sehr, sehr hochgradiges Silber in direkter Nachbarschaft zu Alex Comina. Und das La Plata Project im Südwesten des US-Bundesstaats Colorado, wo neben Silber auch Gold und Kupfer Vorkommen vorhanden sind, das über 50 Jahre kaum betrachtet wurde. Und jetzt beginnen dort die Buchungen, um eine erste Ressourcen-Kalkulation zu erstellen. Ist Metallic Minerals damit für euch ein spannender Investment Case? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und abonniert Axino Capital. Denn wir halten euch auf dem Laufenden über die spannendsten Investment Cases aus dem Junior-Mining-Sektor. Bleibt dran und viel Erfolg beim Investieren!